Willkommen zu einem weiteren Artemis V Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Funktionen des Markeditors. Mit Hilfe des Markeditors sind Sie in der Lage, eine oder mehrere Marken im Sourcepool schnell und komfortabel nach Zeit oder einer Führungsgröße, wie zum Beispiel der Drehzahl, zu schneiden. Da Marken nur Verweise auf Dateien sind, ändern sich Ihre Originaldaten durch die nun beschriebenen Arbeitsschritte nicht. Mit einem Rechtsklick auf eine Marke im Sourcepool können Sie diese im Markeditor öffnen. Der Markeditor zeigt nun den zeitlichen Signalverlauf aller aktiven Kanäle inklusive der Führungsgröße an. Verschieben Sie die grauen Vorhänge an den Grenzen, um eine Marke über der Zeit zu schneiden. Sie können die zeitlichen Grenzen aber auch numerisch in der oberen Leiste des Markeditors eingeben. Diese Änderungen wirken sich unmittelbar auf die Marke im Sourcepool aus. Der eben eingegrenzte Zeitbereich wird sofort in Klammern hinter dem Markennamen aktualisiert und angezeigt. Führen Sie die Änderungen unter den Punkten Time und Duration einer Marke im Properties Tool-Window durch, werden diese ebenfalls im Markeditor angezeigt. Mithilfe dieser Punkte können Sie auch mehrere Marken über der Zeit schneiden. Markieren Sie dafür zunächst mehrere Marken, zum Beispiel indem Sie auf den Ordner im Sourcebook klicken, in dem sich die Marken befinden. Durch Eingabe der gewünschten zeitlichen Grenzen bzw. der Dauer werden alle angewählten Marken in der Liste zeitlich geschnitten. Die Länge der Datei und der ausgewählte zeitliche Abschnitt der Marke werden Ihnen als Balken angezeigt. Um Marken nach der Führungsgröße, in diesem Fall der Drehzahl, zu schneiden, wählen Sie zunächst eine oder mehrere Marken mit einem Drehzahlkanal an. Wechseln Sie in den Ramp-Mode, um die Grenzen des gewünschten Drehzahlbereichs eingeben zu können. Klicken Sie auf Find und der gewünschte Drehzahlbereich wird ermittelt. Dabei wird immer der kürzeste Abstand der Werte gesucht, um nur zusammenhängende Drehzahlrampen zu verwenden. Schneiden Sie auch über der Drehzahl mehrere Marken gleichzeitig und verwenden Sie Eventnamen. Damit wird jede Marke in der Liste entsprechend der ausgewählten Drehzahl zeitlich begrenzt. Bewegen Sie die Originaldateien erneut in den Sourcepool, um anschließend noch die abfallende Flanke der Drehzahl zu schneiden. Klicken Sie auf das Symbol zwischen den eingegebenen Drehzahlwerten, um die beiden Werte zu tauschen. Mit einem erneuten Klick auf Find werden nun die Signalanteile mit fallender Drehzahl zur Marke. Damit haben Sie die steigende und fallende Flanke der Drehzahl getrennt in einzelnen Marken vorliegen und können diese getrennt voneinander analysieren. Weitere Funktionen des Markeditors erreichen Sie, wenn nur eine Marke im Fokus steht. Rechts in der oberen Menüleiste können Sie die angezeigte Marke mit einem Klick auf das Copy-Mark-Symbol im Sourcepool kopieren, um zum Beispiel unterschiedliche Zeitabschnitte der ursprünglichen Marke als neue Marken abzuspeichern. Mit einem Klick auf das nächste Symbol können Sie den aktuell eingestellten Abschnitt der Marke als eine neue HDF-Datei auf der Festplatte speichern. Diese Funktion eignet sich zum Beispiel, wenn Ihre Zeitsignale am Anfang oder am Ende Störgeräusche enthalten. Nun haben Sie einen Überblick der Funktionen des Markeditors bekommen und können Marken nach Zeit oder Drehzahl schneiden, um zum Beispiel Markengrenzen auf relevante Informationen im Zeitsignal zu beschränken oder in mehreren Marken gleichzeitig einen Drehzahlverlauf zu schneiden.